Hallo und schönen guten Abend Und aus Dinkelspül Hier haben wir mal wieder ein Fertigstellungsvideo, also fast Fertigstellungsvideo Ich habe ja versprochen, den Weinsberg, der hier richtiges geiles Paket gekriegt hat Euch, nachdem er fertig ist, oder so gut wie fertig ist, nochmal abzufilmen Ich muss das jetzt bloß gleich machen, weil der wird bald geholt Und die Eigentümer freuen sich da auch schon drauf Also was haben wir jetzt hier alles gemacht? Hier sehen wir schon, haben wir das neue Alpine verbaut Mit Wohnmobilnavigation Dann haben wir hier oben, hier sehen wir es genau im Bild Eine DAB Antenne verbaut, die super gut funktioniert Hier oben ist eine Fensterantenne, damit wir auch digitales Radio haben FM haben wir natürlich sowieso Und dann natürlich die GPS Antenne verbaut Und damit das Navigationsgerät funktioniert Dann haben wir das Ganze natürlich auch noch an den Speed Pin angeschlossen Und an den Rückwärtsgang, damit die Kamera auch dementsprechend funktioniert Und die Rückfahrkamera, die wir ebenfalls montiert haben, die zeige ich euch gleich Dann haben wir hier innen drin, da hat man noch Platz Dann haben wir jetzt den Moscone Verstärker, den Pico verbaut Weil wir dann die Lautsprecher hier ausgetauscht haben Und haben hier schöne Klaten-Lautsprechereien Die habe ich euch ja schon mal gezeigt Die wir relativ oft verbauen Damit wir einfach ein wenig schönes Klangerlebnis haben Gleichzeitig werden natürlich auch wie immer die Türen ausgedämmt Und ja, damit es eben einfach ein bisschen nach was klingt in dem Fahrzeug Dann haben wir hier im Schlossbereich Von Big Stop eine Edelstahlplatte eingesetzt Damit, weil ja hier das Schloss ist Und da könnte man rein theoretisch Wenn man hier von außen mit dem Schraubenzieher reingeht Das Ganze aufhebeln Und da gibt es von Big Stop Also Big Stop, ja genau Richtig geile Edelstahlplatten Die schraubt man von innen rein Da muss man zwar die ganze Tür aufmachen Die Verkleidung wegmachen, aber ist kein Problem Das sind zwei Schrauben Und dann macht man die da fest Jetzt mache ich das mal weg Ich weiß nicht, ob man das erkennt Wenn man da rein guckt Da ist, genau Da ist die Schraube Und an der Schraube ist Hier sieht man so ein bisschen Die Edelstahlplatte mit verbaut Die da dementsprechend dann runter geht Und die geht hier quer rüber Damit dementsprechend hier niemand mehr einbrechen kann Oder nichts mehr aufhebelt Damit man hier nicht mehr aufhebeln kann Ja, dann haben wir hier vorne noch Einen USB-Anschluss raus gemacht Damit man auch Apple Carplay oder halt Carplay nutzen kann Das ist auch ganz schick für Musik und so weiter Und man kann sein Handy anschließen Und alles was man so möchte an dem Alpine Radio Dann haben wir hier vorne die Thematik schon fertig Dann schauen wir mal nach hinten Da haben wir ja hier oben Genau, die Rückfahrkamera verbaut Da haben wir neue Blende hingemacht Und die haben wir deswegen hier oben verbaut Weil beim Van unten immer das schlecht ist in der Stoßstange Da hat man relativ wenig Platz Oder da hat man keinen Platz Und in der Tür ist es auch schlecht Und da ist hier oben eigentlich immer am sinnigsten Und da kann man richtig gut nach hinten gucken Sieht man sogar die Stoßstange Also schaut richtig klasse aus Dufte Kamera auch von Alpine Die funktioniert richtig klasse Und die haben wir da auch eingebaut Und natürlich nach vorne gezogen Dann haben wir einen Wechselrichter verbaut Wo ich ja schon angekündigt habe Da haben wir hier unsere Netzvorrangsschaltung Also Netzumschaltung Dann haben wir natürlich einen zusätzlichen Fi verbaut Dass auch die Steckdosen nach dem Fi sauber abgeschlossen sind Ladegerät, das mussten wir bloß umstellen Weil da haben wir jetzt einen Lithiumakku unten dran Gut, das ist die normale 12 Volt Verteilung Hier haben wir einen neuen Ladebooster verbaut Von Voidronic, den 50 Ampere Ladebooster Und hier haben wir den MPPT Regler Für die bereits von uns verbaute Solaranlage Die wir drauf gemacht haben Und jetzt gehen wir mal einen Stock tiefer Da sehen wir dann unseren Wechselrichter Den haben wir da hinten verbaut Hier, bitte nicht wundern Das ist das einzige was jetzt noch fällt Wir müssen jetzt das Display morgen noch einbauen Dann haben wir hier alles fertig Und das Kabel sauber verlegt Dann ist hier durch Und jetzt gehe ich noch einen Stock tiefer Hier haben wir die 200er Liontron verbaut Wie haben wir das gemacht? Wir haben hier wieder einen Masseverteiler gesetzt Hier einen Plusverteiler Haben hier richtig dicke Kabel genommen Mit einem Hauptschalter Damit man hier auch alles absolut trennen kann Von der ganzen Geschichte Und das Fahrzeug absolut stromlos ist Bitte nicht wundern Hier haben wir noch ein Provisorium Da mache ich dann noch was drüber Das ist die Plusverteilung Damit die geschützt ist Natürlich alles immer sauber In unseren Rohren Dementsprechend in die Schutzrohre Die ganzen Kabel verlegt Das sind 70 Quadratkabel Es reicht in dem Moment auch aus Weil das ist ja keine Entfernung Der Wechselrichter ist gleich oben Das ist nicht einmal ein halber Meter Das ist alles perfekt Ja Da haben wir die ganze saubere Verteilung gemacht Weil ich finde das immer Habe ich schon mal gesagt Wesentlich besser Wenn wir hier Verteiler haben Und bevor wir hier auf die Pole immer 8 Kabel drauf machen Das schaut immer fürchterlich aus Und darum haben wir das in der Art und Weise gemacht Mit dem Hauptschalter hier unten Wo man dann alles sauber abtrennen kann Einmal gedreht Und zack Schon geht das Licht aus Sieht man auch gleich Alles ist dunkel Und wenn wir anmachen Dann kann man vorne wieder einschalten Dann ist wieder Saft drauf Die haben wir jetzt liegend verbaut Weil sie stehen nicht rein gehen 200 Amperestunden Perfekt Das passt Das haben wir auch fertig Dann haben wir hier oben Das war allerdings ein wenig Kopernäckische Sache Hier oben haben wir noch eine Steckdose verbaut Weil der Kunde hier noch eine Steckdose braucht Weil er da nachts eben ein Gerät anschließen muss Und da kommt jetzt bloß noch der Rahmen drüber Den habe ich noch hinten in der Ausstellung liegen Der kommt gleich noch drauf Der wird bloß drauf geklipst Dann ist die Steckdose auch fertig Das war immer nicht ganz so einfach Weil die haben wir natürlich auch Hier komplett alles demontiert Hier einmal komplett rumgezogen Und hier wieder runter Und dann hier rein in den Kasten Das war ein bisschen erheckt Aber es ist uns gelungen Auch das haben wir wieder hingekriegt Dass das alles sauber ausschaut Das Fahrzeug wieder top ist Dass man nichts sieht Keine Kabel Alles weg ist Das finde ich immer am schönsten Damit eigentlich der Kunde gar nicht merkt Dass man drin war Außer dass er ein paar Funktionen mehr hat Das finde ich immer richtig schick Hier hat der Kunde schon die Schutzbleche gehabt Wo man die Hecktür verriegeln kann Die waren schon dran Da sieht man, dass man dann dementsprechend Durch diese Öse einfach einen Karabiner macht Auf der anderen Seite ist das gleiche Und dann kann man da dementsprechend die Tür sichern Gegen einen Einbruch Damit keiner reinkommt So, jetzt schauen wir mal Aufs Dach Da sehen wir dann unsere Solaranlage Da grabbeln wir mal hoch Die haben wir wieder sauber verbaut Von der Firma Büttner Zweimal 110 Watt Sind 220 Watt Also ich sage immer Eine Platte ist immer keine Bei 220 Watt Da kommt wenigstens was rum Da habe ich auch ein bisschen die Möglichkeit Mein Tagesverbrauch gut zu kompensieren Damit ich am nächsten Tag Wieder das rein hole In der Tagsüber Was ich abends und so verbraucht habe Und ja Darum haben wir da hinten An unseren Kabelkanal gelegt Hier die Platten sauber aufklebt Schön ausgerichtet Wir wollten es erst längst nebeneinander machen Haben es aber nicht hingepasst Darum haben wir es da quer gemacht Finde ich eher ein bisschen geschickter Da ist dann der Luftzug besser Wo dann durch kann Also dann werden die auch ein bisschen gekühlt Ein bisschen mehr Leistung Tolle Geschichte Und haben wir noch Platz gelassen Für eventuelle Erweiterungen Wie hier vorne haben wir noch Platz Für WLAN Antenne oder was auch immer Selbst eine kleine Satzschüssel passt noch drauf Also alles nur machbar Jetzt balancieren wir hier wieder runter Ja dann haben wir eigentlich das Fahrzeug fertig Wie gesagt wir müssen jetzt noch das Display Vom Wechselrichter verbauen Und ja dann ist das hübsche Fahrzeug durch Dann gehen wir noch zur Reinigung über Machen alles sauber Damit wir den Kunden das Fahrzeug auch wieder Schön besenreihen übergeben können So wie wir es auch gekriegt haben Und ja dann sind wir da fertig Und wieder ein Projekt geschafft Und dann starten wir morgen Vormittag gleich das nächste In dem Sinn wünsche ich euch alles Gute Und bleibt gesund Jetzt dürfen wir ja Ball wieder lostigern Das finde ich schon ganz spannend Also da freuen wir uns schon riesig drauf Und ja eins wollte ich nochmal anteasern Wie gesagt wir nehmen auch gerne Gebrauchtfahrzeuge entgegen Gegen eine kleine Option Wo wir sagen wir erstellen ein Exposé Wir filmen die Fahrzeuge ab Wir machen ein YouTube Video im Prinzip Und stellen es auf mobile.de für euch Wir haben hier einen schönen Platz Wo wir die schön präsentieren können Und ein bisschen dekorieren können Damit die Chancen des Verkaufens auch richtig gut sind Auch der Camper Tobi wird sich dem anschließen Und wird die Fahrzeuge immer wieder mal wenn er da ist Mit aufnehmen und abfilmen Also wenn Interesse besteht Ruhig mal durchrufen Kurze E-Mail machen Und dann sind wir jederzeit bereit Eure Fahrzeuge in Auftrag von euch Gebrauchtfahrzeuge natürlich weiter zu verkaufen Falls eine Neuanschaffung im Raum steht Oder ja warum auch immer Nur dass ihr da Bescheid wisst Wir können das gern für euch mit übernehmen Und keine Angst Das ist auch kein Vermögen wo das kostet Also das ist überhaupt kein Problem Wenn ein wie gesagt Interesse besteht Einfach mal kurz E-Mail machen Dann können wir uns darüber unterhalten Überhaupt kein Thema Also in dem Sinn Jetzt habe ich wieder genug gequatscht Wünsche ich euch noch einen schönen Abend Und bis bald Wieder aus Dingesbühl Alles Gute Und tschüss